Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir über den Tripod von Foto Pro und zwar aus der Sherpa Serie. Ich habe ihn auch gleich hier. Ihr habt das bestimmt schon bei Instagram gesehen. Und heute möchte ich euch sagen, wie ich diesen Tripod finde, was ich daran gut finde, was mir daran auch vielleicht nicht gefällt, wo ich einige Verbesserungsvorschläge habe und für wen eigentlich dieser Tripod aus Carbon gedacht ist. Also viel Spaß. Disclaimer gleich vorab. Dieses Stativ wurde mir von Foto Pro zur Verfügung gestellt. Aber ich darf meine Meinung frei äußern. Ich habe keine Vorgaben, was die Meinungsbildung angeht. Ihr hört von mir wieder, wie gesagt, auch was ich gut finde und was ich nicht so gut finde. Und ich würde sagen, wir fangen sofort an. Fangen wir an mit dem Lieferumfang. Ihr bekommt neben dem Tripod natürlich auch diese Tragetasche. Das ist meistens Standard bei den Herstellern, die Tripods verkaufen. Hier ist dann der Tripod drin. Ihr habt hier die Beschreibung noch an der Seite drin mit so einer kleinen Nebentasche. Und ihr habt dann noch so einen Tragegurt, den ihr in der Länge verstellen könnt. Das heißt, wenn du das Ganze beim Wandern über der Schulter tragen möchtest, dann lässt sich das ideal einstellen. Das zeigt auch schon, wie klein sich dieser Tripod verpacken lässt. Wir kommen gleich dazu. Denn hier ist er auch schon. Er lässt sich auf ca. 51 cm zusammenfalten, also komplett zusammendrehen, sodass er auf knapp über einem halben Meter durchaus ein recht kleines Packmaß hat. Und dafür, dass du vielleicht ein Stativ möchtest, was überall mit hin soll und du vielleicht den Rucksack nicht so riesig groß hast, ist das echt eine gute Größe. Es gibt auch kleinere, klar. Aber so als allgemeiner Allrounder finde ich, ist einen halben Meter schon recht gut noch, dafür, dass du dieses Tripod natürlich auch bis zu über 1,70 m ausziehen kannst, wenn du alle Glieder sozusagen rausnimmst. Das sind übrigens vier Sektionen. Und auf über 1,70 m, das ist schon eine recht gute Höhe. Das heißt, du kannst weit über deine Brusthöhe auch arbeiten mit der Kamera. Das ist für manche ein Thema, wenn sie Langzeitbelichtungen machen und sich nicht unbedingt tief bücken möchten oder auf der Höhe vom Kopf arbeiten möchten. Damit kannst du es auf jeden Fall. Und du kannst mit dem Tripod auch bodentief arbeiten. Das heißt, alle Makrofans, die gerne irgendwie bodentief was aufnehmen möchten, Pilze fotografieren beispielsweise oder kleine Blüten, kleine Insekten. Die können auch bodentief arbeiten. Du kannst den Tripod bis zu 12 Kilo belasten. Das ist ordentlich. Also ich kenne keine Kamera, die so viel wiegt. Selbst meine Sony mit dem großen 200-600 Objektiv wiegt keine 12 Kilo. Also das schafft der Tripod ohne Probleme ganz easy. Wir schauen uns mal noch an, was der Tripod sonst noch alles zu bieten hat. Du hast natürlich hier drei Beine und in der Mitte die Mittelsäule. Die lässt dich auch komplett rausnehmen übrigens. An der Seite lässt sich das Ganze hier über diese, ich zeige das mal hier so in die Kamera, hier über diese Stifte lässt sich das quasi einstellen in drei Ebenen. Also einmal flach bis auf den Boden und einmal so komplett nach unten gestreckt zum Zusammenfalten, wenn du ihn einpackst. Das Ganze auf jeder Seite natürlich. Finde ich vom Werk her sehr straff eingestellt, aber auch in Ordnung, weil das fühlt sich dadurch ein bisschen wertiger an und lässt dich auch nicht so schnell so leicht verstellen. Du hast bei den drei Beinen natürlich auch eins, was du komplett rausdrehen kannst. Ich mache das mal für euch. Und das kannst du dann als Monopod verwenden. Da hast du hier unten trotz alledem alle Möglichkeiten zum rausziehen. Alle drei zusätzlichen Glieder lassen sich dann nach unten ziehen. Du kannst hier oben drauf auch noch deinen Stativkopf drauf machen. Und für alle, die vielleicht Sport-Action fotografieren in einem Stadion oder so, oder am Spielfeldrand stehen irgendwo und sowas verwenden möchten. Es gibt auch viele Landschaftsfotografen, die schwören auf einen Monopod. Obwohl ich selbst nicht so ein Fan davon bin. Kannst du damit auch machen. Das heißt, wenn du das Stativ dabei hast, kannst du es im Zweifelsfall im Auto liegen lassen. Machst das ab, wenn dir das reicht. Oder du nimmst eben alles mit und hast die Möglichkeit vor Ort dann nochmal durchzuwechseln. Finde ich sehr gut gelöst. Haben inzwischen natürlich auch viele Hersteller implementiert. Aber dass man das auch hier mit diesem Carbon-Stativ machen kann, finde ich wirklich cool. Da kommen wir auch gleich zum ersten Kritikpunkt von mir. Und zwar, die Gummierung hier ist zwar an und für sich sehr gut verarbeitet und fasst sich wirklich solide an. Aber das hätte ich mir an jedem Bein gewünscht. Denn wenn ich draußen bin und es ist kalt, dann fasst sich Carbon zwar nicht so eklig an wie Edelstahl. Aber es ist durchaus unangenehm, gerade wenn du ohne Handschuhe arbeitest. Da hätte ich mir gewünscht, wenn auf allen Beinen hier oben dran die Gummierung dran gewesen wäre. Denn die fasst sich wirklich so an, als ob die extrem langlebig ist. Und das wäre schön gewesen. Also bitte beim nächsten Modell dann hier oben mit drauf machen. Ansonsten findest du hier Beschriftungen zum Beispiel, was das Stativ noch alles so kann. Dass es aus Carbon gefertigt wurde. Dass es besonders widerstandsfähig ist. Das steht dann alles hier nochmal oben drauf. Und noch diverse Einstellmöglichkeiten hier hinten auf einem kleinen Aufkleber, wo du beispielsweise siehst, wie du das Ganze aufstellen kannst und wie du das Ganze belasten kannst. Vier Sektionen sind es, habe ich ja gesagt. Und du kannst natürlich die Beine hier mit einem Drehmechanismus rausdrehen. Finde ich richtig cool. Ich finde diesen Drehweg einen Ticken zu weit, wenn du mich fragst. Also wenn ich das hätte bestimmen können, dann hätte ich da einen relativ kurzen Drehweg eingestellt. Sodass ich nur einmal mit der Hand so drehen muss, alles rausdrehen kann und wieder festmachen kann. So muss ich aber zum Festziehen, du hast gerade eben gesehen, mindestens zwei bis drei Mal wiederholen. Finde ich schwierig, wenn du gerade irgendwo bist und es geht hektisch zur Sache und du möchtest das Ganze recht schnell aufbauen, recht schnell abbauen. Dann finde ich ist das durchaus ein Thema. Kann bei dir kein Thema sein. Ich finde es schön, wenn das Ganze recht schnell und easy, unkompliziert aufzubauen geht. Kommen wir zum Herzstück des Ganzen und zwar dem Kugelkopf hier oben drauf auf diesem Tripod. Wie ihr sehen könnt, gibt es eins, zwei, drei, vier Einstellmöglichkeiten hier oben, um den Kugelkopf dementsprechend anpassen zu können. Und gleich vorweg, nein, es gibt keine Nivellierschraube mehr hier unten für die Kugel extra. Das finde ich sehr gut, dass ein Hersteller endlich mal anfängt, das wieder weg zu rationalisieren, weil es in meinen Augen auch wirklich keinen Sinn macht, den Kugelkopf nochmal extra schwer oder leichtgängig einzustellen. Ich meine, wir haben ja eine Schraube, die können wir lösen oder festziehen und man muss das Ganze halten und ich muss mich einfach darum kümmern und blickig sein, dass mir hier nichts abrutscht oder abschmiert und ich denke, in der Regel kriegt das auch jeder hin. Also ein Pluspunkt von mir schon mal an dieser Stelle, dass hier diese Schraube nicht mehr da ist. Du hast hier unten natürlich die Einstellmöglichkeit, um das Ganze zu lösen und hier in der Gradzahl entsprechend, wenn du beispielsweise Panoramen aufnimmst, hier gut ablesen zu können, um dein Foto zu machen. Dann mache ich wieder fest. Hier natürlich die große Einstellschraube, um generell den Tripod und den Kugelkopf dementsprechend hier oben zu bewegen. Dann gibt es, halt nochmal fest, so, jetzt fest. Dann gibt es hier oben die Möglichkeit, natürlich mit einer Schnellwechselplatte zu arbeiten, die auch einen Lockmechanismus hat, wo dir die Kamera nicht herausfallen kann. Ich selbst nutze sowas aber gar nicht. Ich selbst nutze natürlich meine L-Brackets auf den Kameras und entweder im Querformat oder Hochformat, das ist egal, draufgesteckt, festgeschraubt und fertig und ihr seht, das hält. Ich habe das jetzt einfach mal so handfest gemacht, nicht mega festgezogen und meine Fuji hält ohne Probleme. Da wackelt nichts und da fällt auch nichts runter. Fände ich auch sehr gut gelöst für alle, die L-Brackets benutzen. Du hast natürlich auch hier an der Seite und oben drauf nochmal die Möglichkeit, das Ganze mit einer Wasserwaage abzugleichen, wenn du dir ganz genau sicher sein möchtest, wie schief deine Kamera steht oder geneigt ist. Ich selbst nutze sowas auch selten, muss ich sagen. Wenn ich auf Stativ arbeite, nutze ich in der Regel die Wasserwaage, die in der Kamera verbaut ist und das reicht für das meiste auch aus. Hier oben kommen wir noch zu etwas, das ist vielleicht so ein Mini-Kritikpunkt von mir. Und zwar gibt es hier nochmal die Möglichkeit, die Kamerarotation hier oben nochmal einzustellen. Das heißt, wenn du jetzt deine Kamera hier draufgestellt hast, ich kann das nochmal kurz eben machen, ich setze nochmal die Fuji oben drauf, so, und ich bin mir nicht sicher mit dem Bildwinkl und ich möchte doch gerne noch einen Ticken nach rechts und kann aber, warum auch immer, hier unten nicht nochmal verändern, dann kann ich das hier oben tun, ich löse hier oben die Schraube ein wenig und dann kann ich die Kamera, ihr seht das, das ist auch ein bisschen ein gedämpfter Mechanismus, also das geht gar nicht so schnell, auch wenn ich mich anstrenge. und ich kann hier oben noch einmal die Kamera ein bisschen drehen in die Richtung, wohin ich es möchte. Ja, das ist auch nett gemeint. Ich brauche das gar nicht, also wenn ich die Kamera in der Position nochmal verändern möchte, von links nach rechts meinetwegen, dann löse ich das hier unten und es geht genauso gut. Und ja, da muss ich wieder den ganzen Kugelkopf bewegen, aber ich selbst bin dann auch eher ein Fan von, dass ich das alles von vornherein ordentlich einstelle und nicht unbedingt im fünften Weg noch irgendetwas nachjustieren muss. Aber das bin jetzt so ich, das kann mit dir anders sein, du kannst das lieben und deine Meinung dazu haben, dass du so etwas brauchst. Wenn ja, schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, wie du deinen Tripod einstellst und ob du wirklich auch alle 4, 5 Einstellrädchen brauchst oder vielleicht auch der Meinung bist, dass weniger da mehr ist. So schaut es oben aus und natürlich kannst du hier oben in der Mittelsäule auch mit einem Dreh das Ganze nach oben ausfahren und komplett auch rausnehmen. Ich zeige euch das gleich. Das finde ich übrigens richtig geil gelöst, dass dieser Mechanismus hier ganz easy ist. Also das ist so gut, muss ich sagen, das kannst du mit Handschuhen bedienen, das kannst du mit Fäustlingen bedienen. Ideal. Also das ist wirklich richtig gut gemacht. Wir schauen uns mal noch an, was der Tripod hier unten zu bieten hat. Und zwar gibt es hier unten die Möglichkeit, auch auf die Spikes umzusteigen. Das heißt, wenn dein Untergrund rutschig ist oder Eis ist, dann könntest du theoretisch diesen Tripod auch auf diese Spikes stellen. Dann kannst du diese Gummierung abnehmen. Du hast gerade gesehen, das geht auch recht schwer, lässt sich nicht so einfach abmontieren. Ob das Ganze dann irgendwann ermüdet nach zwei, drei, vier Jahren und dann abfällt, das weiß ich natürlich nicht. Die Teile sind auf jeden Fall sehr spitz. Also passt da bloß auf. Ich mache das auch gleich wieder drauf, damit ich sie auch nicht verliere. Und du hast gerade eben gehört, dass es sich wirklich sehr fest arretieren sollte. Also für die nächsten Jahre hoffentlich halten. Und hier unten gibt es noch ein kleines Highlight. Und zwar kannst du hier unten, ich stecke das mal so, ich hoffe, du kannst das sehen, hier unten, kannst du nicht nur einen Rucksack ranhängen oder Taschen, sondern du kannst das Ganze auch rausschrauben. Ich mache das mal. Und darunter versteckt sich nochmal ein kleines Gimmick, denn du kannst hier dein Telefon einspannen. Also das ist eine automatische Halterung für Smartphones, auch für die ganz großen. Also mein großes iPhone Pro Max geht da auch rein. Das passt auch von der Länge her, obwohl man das gar nicht so denkt. Und du kannst dann den Kugelkopf abschrauben. Du kannst dann auch diese Halterung nochmal extra abschrauben. Da kannst du dann dein Telefon auf den Tripod obendrauf einspannen und kannst quasi einen Timelapse machen oder bastest dir hier so einen extra, extra Frictionarm ran wo du dann dein Telefon auch nochmal drauf machst, geht auch. Du hast hier außerdem noch Werkzeug versteckt, hier für den Tripod. Das finde ich wirklich richtig, richtig gut gelöst. Da hat jemand mal mitgedacht und nicht irgendwo was reingesteckt, sondern tatsächlich sinnvoll mit verbaut wird. Das brauchst du ja nun doch nicht immer. Den einzigen Kritikpunkt, den ich auch hier wieder habe, ihr kennt mich ja, ich bin da ein bisschen kritisch, und zwar ist das hier die Einstellmöglichkeit für das Gegengewicht. Also wenn ich den Tripod wo hinstelle, wo es extrem windet und Carbon wiegt da nun nicht wirklich viel, dann möchte ich vielleicht meinen Rucksack dort unten dranhängen, damit ich ein gutes Gegengewicht habe, was nach unten auf den Boden drückt und Sicherheit und Halt gibt. Und das kenne ich ein bisschen anders. Ich hatte eher Hersteller gehabt, die hier die Möglichkeit bieten, dass man diesen Karabiner oder diesen Haken nochmal verlängern kann, sodass du auch größere Trageriemen hindurch bekommst. Und den finde ich jetzt, ich zeige euch das mal, jetzt nicht so dick. Also da passt jetzt nicht so ein dicker Tragegurt durch. Je nachdem, was du eben für einen Rucksack hast oder was du unten dranhängen möchtest. Ja, ein Beutel geht ran oder irgendwas mit einem Tragegurt, der ganz dünn ist, dass das passt alles. Aber wenn ich an meinen Fotorucksack denke, wo obendran wirklich ein straffer, großer Griff ist und ich möchte ihn dort dranhängen, der passt dort nicht durch. Also das finde ich schwierig, da hätte ich dann Probleme tatsächlich, wenn es dann windet und ich müsste das unterwegs irgendwie mir dann echt zurecht bauen. Fände ich schwierig, aber ich denke, für die meisten Situationen sollte es reichen. Und wenn es extrem windet und du hast extreme Situationen, wo es wirklich auf Gewicht ankommt, wo quasi das Stativ schwerer sein muss, dann nimmst du vielleicht auch kein Carbon-Stativ. Dann nimmst du vielleicht auch nur eins aus Aluminium, was dann deutlich mehr wiegt, wo du vielleicht so einen kleinen Haken dran hast, der sich rausziehen lässt. Ich fasse für euch also alles nochmal zusammen. Dieses Stativ von Photo Pro wurde komplett aus Carbon gefertigt, wiegt circa 1,7 Kilogramm, lässt sich auf einen halben Meter zusammen reduzieren, sodass es wirklich in fast jede Tasche passen sollte oder an jeden Rucksack ranhängen passen sollte. Das Stativ lässt sich auf über 1,70 Meter nochmal ausziehen. Du kannst das Ganze als Monopod verwenden. Du hast die Möglichkeit, dein Smartphone mit dieser Halterung oben drauf zu verwenden für Timelapse-Aufnahmen oder für Videoaufnahmen. Du kannst hier oben auch diesen Kugelkopf für dich selbst personalisieren. Also du kannst ihn auch abnehmen komplett. Du kannst auch einen anderen drauf machen. Das geht auch. Du hast die Möglichkeit, diese Schnellwechselplatte, die AK-Swiss-kompatibel ist, auch zu verwenden. Und das Ganze kostet 349 Euro, Stand jetzt. Das finde ich, ist für ein Carbon-Stativ durchaus in Ordnung. Also ich denke da an andere Hersteller, die da schnell mal 1, 200 Euro mehr verlangen. Also 350 Euro finde ich für Carbon-Stative nicht zu viel, auch wenn es dann doch schon ordentlich Geld ist. Aber für alle, die wissen, weshalb sie ein leichtes Stativ brauchen, besonders aus Carbon und so vielseitig wie dieses hier, die wissen auch, weshalb sie dann dieses Geld ausgeben. Welche Zielgruppe, denke ich, sollte das sein? Also ich denke auf jeden Fall die ambitionierten Fotografen unter euch, denn nicht jeder Anfänger wird leicht ein Carbon-Stativ brauchen. Das kann man sicherlich kaufen, aber wenn du überhaupt nicht weißt, was du damit machen möchtest, dann fände ich tatsächlich zu viel am Anfang. Dann reicht auch ein einfacher Stativ für um die 100 Euro, 150 Euro, reicht völlig aus. Das ist auch leicht und klein und kann auch das meiste und steht in den meisten Funktionen und diesem hier auch nichts nach. Carbon ist eben nochmal speziell, einfach weil der Werkstoff sehr teuer ist, sehr kompliziert hergestellt wird und vor allen Dingen ist er sehr leicht und hat dementsprechend nochmal ein sehr spezielles Anwendungsgebiet. Mich würde jetzt an dieser Stelle interessieren, ob ihr selbst mit Stativen auf Fotografieren und Filmen geht und wenn ja, mit welchem, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir gerne auch rein, ob ihr schon mal mit einem Carbon-Stativ unterwegs gewesen seid oder vielleicht schon habt und wenn ja, auch welches. Schreibt es mir hier rein. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen jetzt in meinen Ausführungen. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzusehen und wenn ja, macht gerne die Glocke an, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.